Moin Moin Pyroman und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute testen wir die Colpo 45 Spezial und eine 3 Inch Zylinder Shell sowie eine 4 Inch Zylinder Shell aus Polen. Die haben wir verlängert und wir werden sie heute am Boden zünden. Alles klar, dann auf. Nehmen wir die Kleine, komm mal mit. Die Kleine. Die Kleine, genau. Alles klar, ich gehe mal hin. Und dann sind wir an den Knaller. Oh, die hatte schon ordentlich Dampf. Jetzt nehmen wir die 3 Inch. Schauen wir noch mal wegen dem Krater. Ja, sieht nicht schlecht aus. Und Sündung. Alles klar. Jetzt die 4 Inch. Jo, das ist auch nicht schlecht. Warte mal, tu die mal hier hin. Soll gleich mal sehen, wie groß die Krater gegeneinander sind. Das tut an den Knaller. Brauchst du Feuer? Gute Pyros haben immer Versatzvorzeug dabei. So, 4 Inch. Zylinder Shell. Opti-Quant. Der hat schon mächtig gedrückt. Und jetzt schauen wir mal den Krater an. Vergleichen die. Ja, hat alles zerbemst. So, Single-Shots-Vergleich. Was haben wir Schönes? Jawohl. So, schön gesponsert von guten Kollegen. Wir haben hier Westling Thunder Kong. Dann haben wir hier, was ist das? Thunder King Extra. Sieht nach Belgien aus. Ja, Belgien oder holländisch. Ja, aber in polnischen. Einen neuen Thunder King, der neueren. Von Jorge? Ja, von Jorge. Von 2011 oder so. Jeder alte, ne? Dann der alte noch. Und genau, der Dumbum. Und ein Dumbum, Single-Shot. So, dann fangen wir an mit dem Thunder Kong. Genau. Ja, Brenner. Ich hab dir gesagt, nimm den ordentlichen Brenner. Jetzt. Ausgegangen? Ausgegangen. Nachzünden. Mach das nicht nach. Das dürfen nur die Profis in Polen. Jetzt. Da kam der Fokus gar nicht hinterher. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich hab's nicht gesehen. Achtung auf die Kamera. Extra für euch. So, jetzt der Belgische, ne? Der extra. Oder Holland. Weiß gar nicht genau. Ich hab' wieder nichts gesehen. Schlechte Lichtverhältnisse. So, Thunder King neu. Das war auch kein Salute, ne? Das war effektiv. Das müsste aber wieder Salute sein. Jawohl, den hab' ich gesehen. Sehr schön. Der Fokus hat aber verrissen. Junge, Junge. Jetzt haben wir Dumbum, Single-Shot. Der Klassik. Aus Tschechien. Genau. Gibt's aber auch in Polen. Bei Wykow. Geht da mal hin, Leute. In Osinodolny. Wykow-Feuerwerk. Sagt ihr, dass der von so oft nachher kommt? Und dann geht's da auch ordentlich ab. So, und jetzt haben wir noch den guten alten Thunder King. So, genug Werbung gemacht. Aber es ist ein Top-Mann. Also, geht da hin. Auf jeden Fall. Und sagt, dass er von mir kommt. Hat aber nicht so prall, der Alte, ne? Ja. Jut. Alles klärchen. So, Rohr Mjölnje. Junge, Junge, Junge. Das ist Rohr Mjölnje. 25 Schussbatterie. Rohr Big Tail Whistle Tail to T-Salute. Von Thor. Original Fireworks. Feuer frei. Let's go. Genau. Lass knacken hier. Kapelle. Wie geht die Scheiße los? Ey, denk an den Algorithmus. 25 Euro verbrannt. In einer Sekunde. Was sagt ihr dazu? Gefällt euch das? Mir schon, ja. Mir nicht. Jetzt zünden wir die Colpo 45 Spezial. Von Funke Feuerwerk. So, und jetzt geht's hier richtig ab. Dann zünden wir an den Knaller. Hört euch diesen Sound an. Richtig genial. Und weiter geht's. Thundering Heaven. T-Salute Batterie. Und dann zünden wir an den Knaller. Thundering Heaven. Für das kleine Ding hat das ordentlich Dampf. Weiter geht's. Joker 2. Das ist Zink 901 Fake aus Polen. Das ist Scream Rocket 4 von Funke. Und dann schauen wir jetzt mal, wie die so abgehen. Jetzt fangen wir an. Mit dem 901 Fake. Werden wir anzünden mit so einem richtig schönen Gasbrenner. Rundenstern. Nicht schlecht. Weiter geht's. Mit der Joker 2. Ich finde ein richtig gutes Design. Richtig schön gelungen. Genau. Jetzt sind wir mit deinem Brenner. Jetzt fängt er fest hier. Und dann fängt er fest an. Und dann fängt er fest an. So. Und dann fängt er fest an. Scream Orchid 4 von Funke Jo, sind wir an und gehen wir weg Schade, die ist runtergekommen, die ist richtig kopflastig Kleines Experiment, 3x3 Inch Teaser Loot im Verbund Mal schauen, ob die so durchgehen Zünd mal an, schön verlängert hier So, und jetzt weg Mach das nicht nach um euch zu zeigen dass da so viel Druck hinter steckt hat es eben nicht funktioniert und die eine hat die andere weggedonnert Also das dient der Wissenschaft Mach das nicht nach Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch gerne So, schaut mal links und rechts oben auf meine anderen Kanäle durch und links und rechts unten die anderen Videos, die ich euch verlichen werde So Ordentlich Also Komm dann schauen wir noch Alles klar So, und Ende Bis zum nächsten Verklassen Sauber So, den noch und dann ist aber wirklich die Ende Bumm So, macht's gut Bis zum nächsten Haut rein, tschau! So, wenn sich das nicht schlau... ... ...